hallo und willkommen zu diesem neuen top 5 video mit mir euer maxi hoffentlich geht es euch gut und ja meine woche war nicht so prägelnd ich würde mich entschuldigung für das video vom co2 laser das ist so nicht gut war sage ich mal so ich hätte es mir auch anders vorgestellt es kommt heute auch leider kein 20 uhr video weil ich hatte einfach keine zeit und ich wollte jetzt nicht irgendwas rein rushen was halt nicht schön ist was halt nicht informativ ist das er einfach nur so dumm zusammengeschustert ist würde ich mich nur schuldigen ab nächste woche geht es dann hoffentlich wieder normal weiter und ja ich hätte auch nicht viel schlaf weil vielleicht das brauche ich auch so schneesturm ohne ende das schneeverbind ich kann euch gleich mal zeigen dass da auf dem dach gerade so abgeht ich muss auch gleich wieder raus deswegen will ich das video schnell fertig machen und ja heute haben wir fünf objekte bei dem einen hier bei dem hier habe ich leider keine timelifts aufnahme ich weiß nicht wieso da gibt es eine andere aufnahme für das gibt es dann später dann mehr bei dem objekt und ja dann würde ich sagen ich will jetzt nicht lange hier so schnacken ich will euch die sachen zeigen sehr sehr gute sachen sind auf jeden fall dabei ich freue mich euch ich freue mich euch ich freue mich euch die präsentieren zu dürfen und ich hoffe ihr habt spaß ja hier sieht man auch gut noch die misshandlung von dem anderen projekt was ich hier gemacht habe naja wir fangen an mit diesem kleinen ding mit einem kleinen ball nicht bearing hier ball ach gott wie nennt sich das ich habe den englischen begriff gerade nicht im kopf aber hier ihr habt ihr gesehen wie es heißt ball screw ball mount so universal sind nur drei teile eins zwei drei kann man gut zusammen zu machen die passgenauigkeit hier ist auch sehr schön da passt alles gut rein nur ich weiß nicht ob das so sollte man sich ganz zu machen kann weil ich kriege so mit der hand nicht ganz zu hier ist ja noch eine lücke dann drin aber es hält wenn man es ein bisschen lockerer hat kann man es in alle richtungen hier bewegen was will man mehr so ein ähnliches ding habe ich auch gerade dran an meinem stativ nur halt aus metall aber wenn man halt was zum prototypen bauen möchten nehmen möchte oder zum gucken man macht hier metallstück dran hier vorne auch und dann kann man sogar gucken wie der winkel dann am besten passt dann kann man die messen und dann dieses stück dann aus dem metall nachbauen wie man es gerne hätte das wäre eine option unterhält sonst auch für eine kamera irgendwie drauf machen für eine kleine gopro oder so kann man ja viel machen deswegen ist hier auch universal ein sehr tolles objekt ich hoffe dass ich ideen finde wo ich das zu benutzen kann das werde ich auch und ja ich würde sagen aber da geht es zum nächsten als nächstes haben wir wieder eine kleine sache hier mit einer schraube die habe ich leider nicht ganz einbekommen aber naja wenn ich das hier dann einmal aufmache tatatata sieht man sd karte mini sd beziehungsweise eigentlich mini sd und der adapter ich habe den adapter gar nicht gefunden deswegen habe ich da eine normale sd karte reingemacht simpel zu drucken einfach einfach flach so aufs druckbett die normale sd karte die hält ein bisschen besser aber die mini sds die sind hier so ein bisschen hält schon ein bisschen aber wenn man das wirklich ganz zu zu machen kann ja auch schon so mal rausfallen aber wenn man so einen ganz geschlossen hat zack hält auch ein bisschen fällt dir nichts raus ein super ding das pack ich mir bei meiner drohne mit rein weil da habe ich das leider nie mit dabei deswegen weiß ich auch gar nicht was ist hätte ich das bei der drohne dabei gehabt wüsste ich genau wo es ist und ja ein kleines simples teil aber auch nur eine schraube und das ist glaube ich eine m3 irgendwas m3x20 müsste ich hier drin haben oder m3x25 ich weiß es gerade nicht aus dem kopf und ja super teil weiter zum nächsten ist als nächstes haben wir was das habe ich aus pt gedruckt nämlich eine bock bock eine ente eine schneeform für eine ente leider wie gesagt die timers aufnahmen nicht davon was ich nicht verstehe wo die auch immer hin sind ich glaube da hat meine kamera einfach ein problem gehabt oder so auf jeden Fall sind es zwei teile leider hält das nicht so gut wie ich gerne gehofft habe aber für das was man es braucht funktioniert ich habe doch mal ein video bei mir auf desktop hochgeladen das werde ich hier auch einmal einblenden ein Und ja, für mich ist es ein super Modell, da kann man viel mitmachen, was ich noch gerne gehabt hätte, ist, wenn hier vielleicht noch so Griffe hochgehen würden, dass man das auch nicht direkt so hat, sondern dass man es vielleicht auch aus einer gewissen Höhe benutzen könnte, das wäre noch schön gewesen, aber sonst 1a Modell und ja, ich denke jetzt mache ich noch größer, aber jetzt ist ja genug Schnee da, dann kann ich so eine riesen Ente machen, definitiv ein weitere Empfehlungswert, wenn ihr Bock drauf habt, damit könnt ihr auch Schnee bei Schlacht machen, ich schmeiße halt Enten, das ist ja auch eine witzige Sache, also ihr kriegt auch auf jeden Fall einen Daumen hoch und weiter geht's zum nächsten. Wie man es schon sieht, aaaah und aaaah, ein Batterie-Storage-Fachsystem, kann man so nennen mit einem Schütter, hier wie man sieht, die Kleinen fallen die leider gerade die ganze Zeit raus, weil das seit zum Sparen gedruckt wurden, wenn wir weniger Material brauchen, natürlich was schöner gewesen, wenn die Schütte hier zu wäre, aber dann kann man auch nicht, wenn sich das irgendwie verstopft, kann man da irgendwie nicht nachbessern, weil es verstopft leider ein bisschen, ich ziehe hier mal ein paar raus, so zack, drei kann ich rausziehen, zwei, drei, das sehe ich gerade gar nicht, und dann ist hier halt fest und dann muss man halt hinten in die Schütte ran, dass es dann halt weiter geht und dann hat man damit immer Probleme. Ist leider genauso bei dem aaa, das kann ich euch besser so zeigen, beim aaa ist es auch so, ich ziehe eine raus, zack, zwei, drei, und es kommt halt keine mehr nach, ist halt ein bisschen doof, da muss man hier ein bisschen hoch oder hier ein bisschen nachdrücken, dann geht das schon, aber es ist halt auch nicht Sinn der Sache, da muss ich mal gucken, was er da machen soll. Bei dem Modell müsst ihr aber auch aufpassen, wenn ihr es importiert, ist es halt viel zu groß, 10% Skalierung braucht ihr, dann habt ihr es so wie hier, habt ihr ein bisschen Luft zu beiden Seiten, was halt auch sehr, sehr schön ist und ja, ich würde sagen, jetzt kommen wir zum letzten, das letzte ist echt cool und das hier werde ich auf jeden Fall verwenden, sieht man, ich habe hier Batterien reingemacht, sonst wäre es ja unnötig, die alle umzupacken. Das werde ich auf jeden Fall gleich in unseren Schrank zurück tun, wo wir die Batterien lagern und ja, weiter geht's zum nächsten. Zunächst erstmal eine kurze Vorgeschichte, ihr seht, das kenne ich vielleicht, ein Würfelbecher, wenn man halt ein paar Würfel hat, dann ist das hier, sind übereinander oder auf Kipp und so, das hätte kacke, deswegen, ich gebe das mal kurz zur Seite, gibt es dieses schöne Ding, tadaa, für Dreieckswürfel, für normale Würfel, für 12er, 20er, ich glaube eigentlich für jede Würfel, das sieht dann einmal so aus, sind an sich zwei solche Teile, je 10 von diesen Blättern, dann sieht das eine Ding, das ist auch verschiedener Farben, ich bin mir schon ein paar Mal kaputt gegangen, wird hier unten in die Ausfahrung reingestellt, müsst ihr mal aufpassen, so dann könnt ihr das hier ausfahren, tadaala, wie eine Treppe, da müsst ihr aufpassen, hier brechen die Dinger, diese kleinen Pinöpel, die ihr hier oben seht, die da, quasi erkenne ich den mal so, die hier brechen leider sehr schnell ab, deswegen würde ich mir auch eventuell ein paar zur Reserve drucken, weil dann haben wir es erstmal so, zack, und dann kommt das, da war ich nochmal ganz richtig, so, andere einfach oben drauf gesteckt, am besten fast, passt genau, und dann dreht man das hier auch auf, zack, oder hat man so eine Würfelspirale, und dann kann man das, ok, hier muss ich noch ein bisschen entfernen, natürlich ist es hier gerade nicht so perfekt, weil hier, das wird da eingelassen, sozusagen, und das ist halt noch nicht so perfekt, aber dann kann man hier die Würfel nehmen, natürlich hätten wir zu viel ein bisschen doof, wenn man zum Beispiel gerade am Kniffeln ist, Kniffelwürfel würden gehen fünf Stück, nehme ich dann mal 1, 2, 3, 4, 5, hier, zack, das habe ich 6, 6, 5, 3 und 2, ich würde 2, 3, 5 und 6 nehmen, dann würde ich jetzt auch mit 4 würfeln, damit ich eine große Straße kriege, dann kriege ich sie, ja perfekt, eine große Straße. Ja, ein super Teil kann man auch super zusammenbauen, das kommt bei uns auch in den Spielestand rein, da ist halt einfach zack, nr 1, nr 2, hier nach hinten drücken, zack reinlegen, zack reinlegen, die Würfel rein, Klappe zu, bumm, weg ist es. Aber wie gesagt, da müsst ihr aufpassen bei den kleinen Dingern, da bricht halt hier oben das Ding mal gerne ab, wie zum Beispiel hier unten geschehen, weil hier kann ich es einmal rund drehen, eigentlich wäre es auch eingehakt, und sonst an sich keine Druckprobleme gehabt, ein super Modell, gerne weiter zu empfehlen, ich werde es auf jeden Fall ein paar mal benutzen, dann bei Spieleabenden, und ja, ich hoffe, die hat euch das Video gefallen, ihr seid euch auch beim nächsten Mal wieder ein, und wie gesagt, tut mir noch mal leid, für diese Woche, die war nicht so prickelnd, ich hoffe, die nächste Woche wird besser, und ja, ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche, einen guten Start in die nächste Woche, und passt auf, wenn bei euch auch ein bisschen Schnee kann aus ist, ne. Also wenn ich nicht in den Schnacken noch viel Spaß heute, tschüßen. Da-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Das-his-hos-ho-z回 Lazar sempre. Ich hoffe, dimensional. torn